So, alle, alles, alle, bitte schön! Wir werden schon nach 25.00 Uhr an der Fahrbahn zurück. Zurück bitte. Wir legen los da. Wir schauen durch ihn. Ich kann wieder richtig break up haben. So meine Damen und Herren, wir sind hier wieder und lass uns wieder rein. Da, die Russen, wir haben schon. Oh, die Guterlone. So meine Damen und Herren, wir haben alle zwei Spaß, da haben wir alles an und wir wollen morgen morgen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie da sein, so früh am Morgen. Ich werde ja noch schlafen, aber wenn jemand sich da auch selbst anwohnt, dann Eingrückshilfe und alles nichts. So meine Damen und Herren, alles gut? Jo! Wollt ihr mehr? Ja! Jo, das klingt scheiße, mach mal lauter. Wollt ihr mehr? Ja! Ja! Ist doch, geht doch. Guten Morgen! Ich bin da sicher! Das ist mir nicht felsichtig. Komm, da wollen wir weg, da ist weg! Heißfisch, früß! Bitte schunken und gepackt! Wollt ihr? Ja! 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 Ich bin aber in der Tür. Boah! Alter, Vater! Wuhu! Lebend! Ha! Jetzt geht's mit der Atta. Wieder mal ein bisschen. Den Spruch irgendwie da ... Ah! Ah! Es kommt mal, ne? Ah! 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 Das ist ganz schön. Leute, ihr Sport haben so eine Mama, oder? Ja! Hey, kommen Sie als Ausdauer, oder? Wir Sporten, Leute, haben gute Leute! Wir sind so ziemlich gut, wenn ihr seid, müsst ihr sagen, Leute, noch ein oder nicht immer noch? Haut sie mich bei Notfall heute ab. Und die Ersaisung Höffje. Das war die beschissensten Bescheißer, die uns beschissen haben. Der fahrt ja schon fünf Minuten. Voll viel Glück nach vorne. Woh! Zag kommen wir! Woh! Ja, das ist das, was sie denn? Woh! 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 Das war realistisch, dass wir Back to Back to Back to Back to Back to Back.